Hallo. Willkommen. Hallo. Bist du da ein Fotografenhelferlein? Nein, nicht offiziell. Ah, ok. Also du stehst nicht auf die Gästelichte? Ich glaube nicht. Ok, das heißt wir dürfen für dir 10 bis 20 Euro kassieren? Ja. Das ist super. Sehr gut gemacht. Wir bitten euch alle nach draußen. Draußen ist es nämlich schöner. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen zum Ohne Maskenwahl von dem Pioneer Professor Fechtlin. Ich freue mich riesig euch zu sehen und mit euch unsere blauen Himmel eröffnen zu können. Dankeschön. Dankeschön. Als Kind habe ich mich gefragt, was mir sagen die Sterne in ihrer Fahrt. Am Hero State über unseren Köpfen könnten wir so viel draus schöpfen. Es wird riesig strahlend und es kommen voll viel liebe Leute. Und wir haben dann voll schöne Gespräche. Voll schöne Gespräche. Und wir können alle ganz von jetzt reden. Wir sind am Tag oben. Mehr oder weniger von dieser Einblick vor Augen. Wir sind am Tag oben. Mehr oder weniger von dieser Almhütte. Es kommt strahlendes Nachmittagssonnenlicht ein. Und wir sofort ins Auge stieg. Ein grüner Sessel rechts hin. Also muss man sagen, hellgrün ist meine absolute Üblingsform. Und ich habe den Sessel gesehen und es war, oh, ist der Sessel schön. Still und heimlich auf diesem Sessel gesitzt. Und ich habe dann kurz gehört, okay, dass irgendwer schreiert, grüner Sessel gesitzt. Aber es ist nichts dergleichen passiert. Und ich habe dann im Kreis den Ganzen in der Runde diese Geschichte erzählt. Und alle haben voll mitgefiebert mit dieser Geschichte. Ich habe gehört, dass du viele Mal gesagt hast, dass du besser als niemand. Und niemand ist besser als du. Dass jeder Mensch wertvoll ist. Und genau diese Einzigartigkeit wollen wir in der Schule mit Weintritt erhalten. Schüler sollen doch forschen, das entdecken, selber Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit finden. Wie Klimawandel, nachhaltige Entwicklung und kulturelle Vielfalt. Es ist ein System, das verschiedene Weisheitssphären aus verschiedenen Epochen vereint. Unter anderem ist da die Astrologie zu nennen, auch das alchinesische I-King und auch unter anderem die medische Chakrenlehre. Ich bin Ingenieur. Der Weg dorthin war ihm beschwerlicher. Ich kann mich erinnern, wie hart ich mir getan habe, bis ich das verstanden habe, wie Kräfte in einem Körper wirken. Und aus dieser Überzeugung heraus ist die Vision für die Akademie für Arbeitslosen entstanden. Das ist ein Beratungs- und Trainingsunternehmen mit einem vielfältigen Programmangebot, das darauf abzielt, mehr Menschlichkeit und Verbundenheit in Unternehmen zu fahren kann. Dieses Jahr sind wir leider ausgebucht, aber nächstes Jahr gern. Wir erreichen uns unser Programm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.